Die Barclays Visa Kreditkarte gehörte jahrelang zu den beliebtesten Kreditkarten in Deutschland. Im Dezember vergangenen Jahres wurden dann die Konditionen für Neukunden geändert. Wie gut die Barclays Visa seitdem noch ist und welche Vorteile, aber auch welche Nachteile sie jetzt hat, zeigen wir dir in diesem Video. Am Ende sagen wir dir, ob sich die Karte für dich lohnt und welche Kreditkarte eine bessere Alternative sein könnte. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Legen wir los. Die Vorteile der Barclays Visa Kreditkarte Vorteil Nummer 1. Du zahlst keine Jahresgebühren. Die Barclays Kreditkarte kommt ohne eine jährliche Gebühr. Einen Mindestumsatz gibt es dabei nicht. Es kann aber trotzdem eine monatliche Gebühr anfallen. Wie hoch sie ist und wie du sie vermeidest, zeigen wir dir gleich. Vorteil Nummer 2. Sie ist eine echte Kreditkarte. Die Barclays Visa ist eine sogenannte Revolvingkarte. Sie kommt mit einem Kreditrahmen, den du für alle Zahlungen und Bargeldabhebungen innerhalb eines Monats nutzen kannst. Einmal monatlich wird dann alles zusammen abgerechnet. Bei der Rückzahlung des Saldos hast du die Wahl zwischen der Vollrückzahlung in einer Summe oder der Teilrückzahlung über mehrere Monate hinweg. Zahlst du den Saldo jeden Monat komplett zurück, werden keine Zinsen berechnet. Bei Teilrückzahlung fallen Zinsen an. Wie hoch sie sind, erfährst du gleich. Vorteil Nummer 3. Du erhältst bis zu 8 Wochen zinsfreien Kredit. Wenn du die Abrechnung erhältst, bleiben die 4 Wochen bis zum Ausgleich. So hast du bis zu 8 Wochen Zeit von einem Kauf bis zur Rückzahlung. Vorteil Nummer 4. Zinsfreier Ratenkauf. Ein Vorteil, den andere Kreditkarten nicht bieten, ist der 0% Ratenkauf. Mit der Ratenkauf-Funktion kannst du für einzelne Käufe eine Ratenzahlung einrichten. Liegt der Betrag für die Zahlung zwischen 95 und 500 Euro und wählst du eine Laufzeit von 3 Monaten, werden dafür keine Zinsen berechnet. Du kannst Zahlungen, die du auf den Ratenkauf umstellen möchtest, ganz einfach in der App auswählen. Das kann vor allem bei unvorhergesehenen Ausgaben wie einer Autoreparatur sehr hilfreich sein. Es sind auch mehrere Ratenzahlungen gleichzeitig möglich. Und zwar so viele, wie es dein Kreditkartenlimit zulässt. Vorteil Nummer 5. Die Karte ist kontounabhängig. Die Barclays Visa-Karte kannst du mit jedem beliebigen Girokonto nutzen. Ein Kontowechsel ist nicht nötig. Vorteil Nummer 6. Es gibt keine Fremdwährungsgebühr. Beim Bargeldabheben und bei Kartenzahlungen in anderen Währungen als dem Euro werden keine Fremdwährungsgebühren berechnet. Auch Auslandseinsatzgebühren gibt es nicht. Vorteil Nummer 7. Weltweit kostenlos Geld abheben. Bargeldabhebungen sind in Deutschland und weltweit kostenlos. Die Mindestabhebesumme beträgt dabei 50 Euro. Beachte, dass Automatenbetreiber im Ausland eigene Gebühren berechnen, auf die Barclays keinen Einfluss hat. Vorteil Nummer 8. Du kannst ganz einfach kontaktlos bezahlen. Dank NFC-Chip in der Karte kannst du mit der Barclays Visa auch kontaktlos bezahlen. Vorteil Nummer 9. Mobiles Bezahlen ist möglich. Die Barclays Kreditkarte unterstützt Apple Pay und Google Pay zum mobilen Bezahlen mit einem Smartphone oder einer Smartwatch. Bei der Nutzung entstehen keine Gebühren für dich. Vorteil Nummer 10. Guthabenaufladung. Planst du eine größere Ausgabe, als es dein Kreditrahmen zulässt, kannst du die Barclays Visa vorab mit einem Guthaben aufladen und so den Verfügungsrahmen bequemer erhöhen. Vorteil Nummer 11. Kostenlose Partnerkarten. Bis zu drei Partnerkarten kannst du kostenlos zu deiner Hauptkarte dazu bestellen und so deinen Kreditrahmen mit Familienmitgliedern teilen. Vorteil Nummer 12. Notfallpaket. Barclays bietet einen Notfallservice mit einer 24 Stunden Notfallhotline. Geht deine Karte verloren, kannst du hier bis zu 500 Euro Notfallbargeld bestellen. Die Nachteile der Barclays Visa Kreditkarte. Neben den vielen Vorteilen gibt es aber natürlich auch bei der Barclays Visa Kreditkarte Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1. Monatsgebühr bei 100% Lastschrifteinzug. Nutzt du den automatischen Lastschrifteinzug, um deinen genutzten Kreditrahmen komplett auszugleichen, berechnet Barclays 2 Euro je Monat. Nachteil Nummer 2. Hohe Zinsen bei der Teilzahlungsfunktion. Zahlst du die monatliche Abrechnung nicht komplett zurück, sondern in Teilzahlungen werden Zinsen berechnet. Der variable Sollzinssatz beträgt dann 21,49% per annum. Der effektive Jahreszins liegt bei 23,74% per annum. Vermeiden kannst du sie, indem du die Karte komplett ausgleichst. Nachteil Nummer 3. Der zinsfreie Ratenkauf ist eingeschränkt. Für den zinsfreien Ratenkauf gilt ein Mindestbetrag von 95 Euro und ein Maximalbetrag von 500 Euro. Außerdem muss eine Laufzeit von 3 Monaten gewählt werden. Bei anderen Summen oder Laufzeiten werden Zinsen berechnet. Es gilt der gleiche Zinssatz wie für Teilzahlungen. Nachteil Nummer 4. Mindestbetrag für Geldabhebungen. Der Mindestbetrag für Bargeldabhebungen am Automaten beträgt 50 Euro. Lohnt sich die Barclays Visa-Kreditkarte? Unsere Bewertung. Die Barclays gehört nach wie vor zu den besten kostenlosen Kreditkarten in Deutschland. Du kannst sie weltweit kostenlos nutzen zum Bargeld abheben und für Kartenzahlungen. Es gibt weiterhin keine Jahresgebühr, allerdings wird, wenn du 100% Rückzahlung per Lastschrift einstellst, eine monatliche Gebühr von 2 Euro berechnet. Alternative zur Barclays-Kreditkarte Eine sehr gute Alternative zur Barclays-Kreditkarte ist die Bank Norwegian Visa-Karte. Sie ist ebenfalls kontounabhängig und sie kommt ohne Jahresgebühr. Wenn du hier den Lastschrifteinzug zur Vollrückzahlung wählst, um die Zinsen der Teilrückzahlung zu vermeiden, werden bei dieser Karte keine Gebühren berechnet. Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen sind mit der Bank Norwegian Visa weltweit kostenlos. Auch sie kann mit Guthaben aufgeladen werden, um den Verfügungsrahmen zu erhöhen. Eine Besonderheit der Bank Norwegian-Karte ist das enthaltene Reiseversicherungspaket. Es kommt ohne Extrakosten. Du musst nur die Transportkosten deiner Reise zu mindestens 50% mit der Kreditkarte bezahlt haben, um den Schutz zu genießen. Der gilt dann nicht nur für dich, sondern darüber hinaus für bis zu 3 Mitreisende und Mitreisende Familienmitglieder. Es gibt eine Selbstbeteiligung von 185 Euro. Beide Karten verlinken wir dir unter dem Video. Hast du noch Fragen? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Wir stellen regelmäßig neue Finanzprodukte vor und informieren über Änderungen in den Konditionen. Abonniere am besten den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein Update mehr. Abonnieren ist kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.